und der andere ist die anderen haben wenn ich richtig eingestellt habe eine whitelist okay und ich war nicht mehr verfügbar oder das war nicht mehr verfügbar dass er muss das unterstechen aber Zwergenfürst LP war verfügbar es wundert mich immer wieder es wundert mich immer wieder warum mein Name verfügbar ist Zwergenfürst an sich war nicht verfügbar aber Zwergenfürst LP war verfügbar okay auch das wundert mich ja gut wer sonst hat diesen Namen ich mir wird immer mir wird immer gesagt dass ich weiß nicht welches Spiel war lol oder so dass irgendwie das da das ist irgendwie dass es einige gibt die da auch Zwerge haben irgendwie mal dass da irgendetwas gibt es in irgendeinem Spiel gibt es in irgendeinem MMORPG gibt es sogar einen Zwergenfürst als Charakter das sogar gar nicht ja ja trotzdem Knapp vorbei Filmexperte Zwergi scheint so wir sind außerdem bei dem komischen Berg Mordi ja gut zu wissen ich bin hier noch am einstellen ich bin da wo das dort und daraus entsteht wobei da hinten ja okay wir sind ja doch hier schon wieder ein Stückchen vom Spawn weg aber egal mein Spawn ist da wo das Bett steht und prof ich hab dir die wolle nicht geschenkt damit du sie mit dir rum trägst verdammt nochmal passt bloß auf sonst hole ich mir Wolle nur um sie in die Fensterverkleidung zu packen Mensch Mensch die Jugend heutzutage hier ist immer noch irgendwo ein Monster ja das ist passiert ich höre die Zombies die ganze Zeit als wenn ich ja wenn ich ja Dirt abbaue Zombies wollen dein Dirt kriegen sie aber nicht da werden die Zombies aber stinkig sein stinken doch eh schon stimmt auch wieder ok Google turn on the fairy lights na du hast fairy lights ouch ja ich hab ne Lichterkette hier im Raum hängen das ist ein schönes angenehmes Licht ouch der Schallfahrten der Schallfahrten der Schallfahrten naja der berührend berüchtigte Schallfahrten und ich glaube ich bin fertig so das ist gut ich muss noch kurz ein Spiel bei der Aufnahme einstellen und dann passt das bis der Mordi mal zur Potte kommt nein das ist die Kugelbesuche das soll ich mich nicht nehmen bis der Mordi fertig ist sind bis der Mordi zu Potte kommt sind wir fertig mit unserer Aufnahme falls euch interessiert ich habe einen Lego äh resource pack drin also nicht mal was optisch ansprechendes ah ich fand das lustig also was das erste angezeigt wurde du meinst Klemmbausteine es heißt sogar Klemmbausteine ja sonst wird nur verklarst du sehr vorsichtig das ist hier musst du aufpassen was du sagst hier ich höre eine Hexe ich auch der hat gerade gesagt ich höre eine Hexe ach bei dem komischen Werkser hier verdammt könnte man dich nicht irgendwie Namen anzeigen lassen das brauchst du gar nicht wenn du uns siehst dann weißt du wer Prof und wer Zwerg ist brauchst du keinen Namen ich habe halt noch meinen uralten Skin hier drin ja oh Gott passiert aber du erkennst das wenn du siehst ja gut mich erkennt man auch eindeutig soll ich dich einfach über TP'n? ja bitte slash tp Zwerge Mordef Zwergenfürste in P zack oh Gott oh Mordef ist zu Zwergenfürstel P teleportieren Mordi das ist mein Dürthaus hol dir ein Brett äh hol dir ein Brett ja genau hol dir ein Bett das ist mein Bett das kannst du nicht haben äh ich werde jetzt erstmal Dinge abbauen denke ich ja Holz und Schaf ich guck mal und hoffe dass das hier Holz ist Holz ist bekanntlicherweise an Bäumen dazu neigt es dazu neigt das Holz schon seit Äonen äh ich mach mir heute noch ne Pizza bisschen Licht rein ich mach mir auf jeden Fall hier erstmal ne Tür kann man Türen hier verschließen ja ich hab auch immer zu essen ne Tür was kann man mit Türen kann man Türen hier in Minecraft verschließen äh du kannst Metalltüren machen und äh dann wild mit Dreadstone irgendein Bullshit bauen während dann irgendjemand außen den Hebel dransetzt und deine Tür einfach aufmacht ok ja das ginge also das ist ein Server ohne Protection Plugins also nein tja schade Fenster kann ich noch nicht das ist nicht so weit weg vom Meer also Sand holen ist jetzt nicht so komplex Tag Molly Tag so ich seh da sogar schon Sand brauche ich nur noch nen Ofen boah sehr schwer mach ich mir hübsche Fenster im Sandhaus im Dreckshaus manch andere haben ein Strandhaus du hast ein Sandhaus ne ein Sandhaus habe ich nicht ich hab ein Dreckshaus so wie viel brauche ich denn für ein Fenster wie viel Sand äh ein Sand wird ein Glas ok dann dürfte das schon reichen du kannst aber aus einem Glas glaube ich 6 Glas Scheiben machen dann dürfte das bei weitem reichen äh ich ertrinke ich bin mir nicht mehr sicher ob es 4 oder 6 wo bin ich hier hin geraten verdammt das sorgt dafür dass du schwimmst ja ich brauche hier mal den Berg ab ich hoffe hat Spaß mit seiner schwitzerdeutschen äh Version Gott ich liebe schwitzerdeutsch es ist einfach so ne wunderbar beknackte Sprache ja ich hab's vergessen ich muss mir auch noch die Sprache einsetzen so lange das verstehst das ist so halbwegs ich packe mir österreichisch rein die Kiste heißt es ist doch nichts mehr chis cht und dann habe ich die Aktion für schwitzerdeutsch gesehen und dachte nur so ja das ist ja auch lustig ich wollte es erst auf deutsch stellen und dann habe ich die Aktion für schwitzerdeutsch gesehen und dachte nur so ja und die Übersetzung die Übersetzung kann auch manchmal lustig sein es gibt auch sächsisch hier drin ich hab bayerisch das muss ich machen Sprache äh vorne ist sehr schön wo war das sächsisch wo stellt man in die Sprache ein unter Optionen Sprache unter Optionen Sprache oder Language je nachdem welche Sprache du gerade hast ok ich tue hat man hier rein und sächsisch steht auch unter S auch direkt im sächsischen Akzent geschrieben sehr schön so ich hab hier ich hab hier einen Ofen müssen Seeds verheißen ich hab auch einen Ofen auch mit OFN geschrieben nö schade ich hab's noch auf Englisch fuck ich find's so schade dass man dass man Gas hier nicht zerstören kann und das falsch platziert hat ist das es gibt auch noch umgedrehtes Englisch warum warum nicht umgedrehtes Englisch ist super umgedrehtes Englisch ist super umgedrehtes Englisch ich hab Piratensprache Piratespeak hätten sie wenigstens die Chancen nutzen können und umgedrehtes Englisch als australisch bezeichnen können ich hab Piratensprache was ist denn das denn doch ich hatte noch Piratensprache ist Piratensprache Piratensprache ja das hatte ich vorher also ich bin jetzt zurück es ist Nacht Kölsch es gibt Kölsch ich kann nicht schlafen weil alle anderen ihr seid noch wach lolcat ja ich hab kein Set get on deck sehr schön oh mein Gott das ist Uwu's Beach ha ha geil hat jemand hier noch ein Bett übrig? äh nee das musst du ja selbst machen das ist meins schade gibt's hier irgendwo Schafe? der Prof hat zwei Wolle ich beobachte dich beim Schlafen geht ja nicht weil ihr beide noch nicht schlaft wir können nur gemeinsam schlafen na gut hinlegen kannst du dich schon und ich kann nicht währenddessen beobachten so wie sich das gehört ok alternative slash day oh lol der Scheller hier simuliert sogar Raytracing nice hoch auf die Konsole geschlafen nice macht euch trotzdem mal mit den Betten das ist doch hier nicht wahr macht euch Betten macht euch gefällig Betten wenn ich an dem Bett vorbeikomme nehme ich es mit so ein Dreck au das ist Erde hmm Erde 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 und die nächste Schaufel ich hab grad schon und ich weiß Erde mit Holz verwechselt hast du grade versucht aus Holz was zu aus Erde was zu craften oder was? nein also ja ja ich hab noch ein bisschen zu verbraten ich hab noch ein bisschen zu verbraten ja ich glaub das ist schon bekannt Fehler ich glaub dein da siehst du auch welches Holz welches Holz ist und was dort ist und so so ein bisschen Holz verbrennen ich hab hier noch einen Holzschmerz da hätte ich das Holzschmerz verbraten können ja alles was aus Holz ist kann brennen logisch das ist ja schön das ist ja schön es ist blöd dass das Glas für die für das Dothaus verwendet aber was soll es ich hab's nicht so als würde es in Minecraft Welten an Sand mangeln das ist ja ein Sandbox-Game oh Kisten oh ein Knochen ja hab ein Skelett vorhin erledigt bevor es mich schon fast erledigt hat brauchst du den Knochen noch? für irgendwas kannst du machen wirst was du willst dann rahm ich mir ein neben dem Bett ah jo es geht ja wirklich ich will dir keinen zwangern ich glaub ich übertreib dann einfach mal komplett auf hier rahmen gab's doch da braucht man nur Wolle inwiefern willst du denn jetzt mal morgens Dicks ach ich hab hier grad was gefunden ich geh mal auf Schafjagd ich brauch ein bisschen Wolle ich bring euch was tolles mit der Prof der hat schon zwei Wolle ja du musst ihm also noch ein zwei und noch ein drittes holen die zwei Wolle liegen einfach nur in der Kiste da hinten dann kann sich Modi doch die Wolle holen oh ja kann er gerne machen weil ich hier im Spiel bin dann brauchst du nur noch eins du brauchst nur noch eine Wolle und kannst in ihr Bett machen und da habe ich ein Schaf aber das brauche ich für meinen Bilderrahmen ich tue deinen Schafjagd ich tue deinen Schafjagd ich tue deinen Schafjagd ich tue deinen Schafjagd wie schön Kaffee auf meine Tastatur verschüttet das ist eine ungute Stelle um Kaffee zu verschütten naja wobei mir fallen jetzt auch nicht so viele gute Stellen ein wo man Kaffee verschütten kann was kommt das zwischen der PETA-Statur was kommt das zwischen der PETA-Statur so Mist hm wo könnte man Kaffee verschütten wo es gut wäre auf dem Tisch nee da ist ja auch immer noch nicht toll weil man hat ja immerhin noch was verschüttet dass man das sauber machen muss das ist ja trotzdem nicht gut ach scheiße das kriege ich da nie wieder raus das trocknet jetzt da fest in der P-Taste funktioniert die P-Taste denn noch? ja na nöki ist ja noch in Ordnung ich weiß nicht wie lange noch ich will zurück gehen ich will noch eine Kuh schlachten falls ich wirklich Leder brauche du musst dann laufen du musst dann laufen okay jetzt noch jede Menge ich glaube 4k-Texturen sieht das ganz gut aus hier ich habe noch jede Menge Kürbis die wichtigen Dinge in Minecraft 4k-Texturen ja natürlich was erwartet denn dass ich ohne spiel ach Mordi also bitte ich habe auch Ansprüche in meinem Leben ja an Minecraft natürlich ein VR-Chat Model hat mehr hat mehr Dreiecke als die gesamte Welt in der wir gerade spielen ja gut das stimmt natürlich auch wieder gibt es in Minecraft Dreiecke gibt es in Minecraft Dreiecke? naja es ist im Endeffekt jede Front von einem Block sind zwei Dreiecke so kann man es auch sehen na gut so wird gerendert na gut so wird gerendert das ist ein Punkt nach Dreck bin wir in das Loch gefallen oh immer diese Zwerge vergraben sich sofort in ihren Löchern ne ich habe mir erstmal ein Dirt-Haus gebaut standenmäßig boh ich mir zuerst ein Dirt-Haus ich eskaliere meistens direkt beim ersten Haus nein noch hast du gar kein Haus gebaut was meinst du warum ich hier gerade abgrabe? ich habe schon wieder meine Spitze mitgeworfen ich komme ständig auf Kuh gute Arbeit so dann machen wir den Boden doch einfach aus dem Zeug hier nja das ist ein da ist ein nicht mehr so einечker painting stellen okay aber das ist kein das ist kein item rahmen nein ein painting ist ein bild oh ja oh mein gott ich liebe dieses language passt doch ich habe mir jetzt ein bild ins prof guck mal ich habe mir das bild ins haus gehängt hat was das ist schon gilt zwei karate kämpfer okay cool ist bei mir auch so dass sie hier irgendwelche custom bilder drin haben so noch zweifachen daneben gehängt passt so wie macht mir jetzt ein item rahmen ein leder in die mitte sticks außen rum ich habe kein leder auch so ein mist ja gut es wird schon wieder morgen oder es wird schon wieder abend ich bin mir sicher es wird nacht ich hast die nacht in mein kopf ich muss kür suchen gehen machst du mal tat geproft na gut weil du es bist ach es ist schön endlich ein stabiles server system für mich alleine zu haben für dich alleine das ist alles an diesem server gehört mir selbst die hardware die aktuelle auf denen der es aktuell läuft sie ist nur gemietet aber sie gehört mir auf dieser hardware läuft nichts anderes war bestimmt nicht billig 25 euro im monat war bestimmt billig ja es ist sechs kerner mit 3,3 gigahertz im grund kann ich nicht mehr sprinten okay soll ich mal was essen esbare tiere auf dem weg ich habe noch zum flash und ich bin vergiftet ich bringe noch ein bisschen scharfe mit ich habe hier drei schafe wollte ich bring dir wollen mit kannst du ja was den bett machen ja ich poste gerade an meinem stein doch macht das wollen wir auch irgendwann mal kreativus weiterspielen ich habe keine ahnung da kam jetzt da kam jetzt das ist der letzte part mit uns online ich habe keine weiteren parts mehr da müssen wir aufnehmen oder wir nehmen mal mein kopf auf ich bin für mein kopf das besser in jeder hinsicht wie gesagt der server ist da also theoretisch kann man den auch sonst nebenher weiter verwenden oft meiner hardware laufen aktuell drei minecraft server unten ja da kommt es nicht drauf an ich habe ja noch ein schaf so viele schafe hier jetzt habe ich gleich fünf volle ich weiß noch jemand wollte braucht betten könnte euch jetzt machen jetzt fünf volle ich wollte eigentlich eine kuh finden jetzt habe ich sechs schafe gefunden findet immer das wonach man gerade nicht direkt ich mache euch noch jetzt kann ich euch zwei betten machen das ist gut passt wir können können wir nicht gemeinsam schlafen alles was wir jemals wollten oder so ein bisschen schwanz und noch ein schaf sehr schön ich habe eine kuh mit ihrem eigenen fleisch klassiker und habe ich jetzt endlich leder müsstest du ja jetzt habe ich wieder sehr schön ist das kann die ball ist muss wenn man eine kuh mit dem fleisch ihrer art den aus in die fresse poliert ich bin ich bin zu voll zurückzulaufen kannst mich gerade mal hin teleportieren zu dir wow du bist vielleicht 100 blöcke weit gelaufen vielleicht 150 kannst du irgendwie an die weltgrenze teleportieren oder so theoretisch kann ich vieles nee bitte nicht ich bin nur frau zum laufen merkt man gar nicht ich komme ja schon selbst zurück sind die karre an was ist das hier sehr schön ich habe nicht genügend stücker hatte ich auch kaufen oder ja holz und einfach zwei übereinander zack hast du stecke und auch nicht holzbalken nicht holz an sich ok ok einmal holz rein dann hast du vier holzbalken zwei holzbalken zwei holzbalken übereinander und dann hast du stecke da habe ich vier stücke sehr schön es müsste doch jetzt gehen ungeaufgaben das inventar sehr schön natürlich ach morgen muss ich mich noch mal in eine alte wohnung kümmern menno du hast eine alte wohnung ich bin ja umgezogen ich bin mit meinem kumpel zusammengezogen und jetzt muss ich mich halt mal darum kümmern die alte wohnung wieder loszuwerden ok na dann klingt ja noch spaß ja ich muss das bad und die küche noch vernünftig putzen weil montag kommt wird wohnungsbesichtigung gemacht durch den markt ja gut was sein muss muss halt leider sein gut weg ach so ist es ok ok und knochen sehr schön solche knochen eingerahmt ok aufs knochen 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 Vielen Dank.